Willkommen liebe Leute, Mr.1234 hier. Wir befinden uns in unserer Christmas World und machen dort Folge 7 und 8. Ich habe mir noch nicht überlegt, was wir hier bauen. Wir haben uns letztendlich beschäftigt mit den Tannenbäumen. Und jetzt muss ich mir halt überlegen, was ich mache. Ich werde aber vorher erst die Deko wieder. Richtig hängen. Die kann jetzt auch so hängen bleiben. So, so sieht das Ganze hier aus. Ja, was machen wir? Wir haben ein bisschen Schnee schaufeln. Nicht auf die Hörn. Kann man das hier ein bisschen anders bauen, hier. Hört einfach nicht drauf, ja? Hört bitte einfach nicht drauf. Ignorier jetzt und konzentrier dich einfach auf mich. Tu mal hier ein bisschen Schnee schaufeln. Ich habe echt keinen Plan, was ich mache. Ah, ich weiß, ich könnte versuchen jetzt noch einen Schneemann zu bauen. So, haben wir erstmal hier ein bisschen Schnee geschaufelt. Tun wir hier einen Weihnachtsmann bauen. Wollte ich schon sagen, einen Schneemann bauen. Wir brauchen dafür auch Schnee. Könnt ihr das jetzt sehen? Schwer zu sehen, ne? Boah, es ist schwierig zu erkennen. So. Könnt ihr es jetzt nicht erkennen, ne? Ich bin hier gerade echter, so ein Schneemann. Super, ne? Einen richtig großen. Jetzt nicht so richtig groß, also so richtig breit. Aber Hauptsache einer. Also. Gut. So. Ich hoffe, ich kann wenigstens besser einen Schneemann bauen, als... ...einen Tannenbaum. Vielleicht können wir auch hier ein Rentier oder irgendwie sowas auch machen. Das wäre mal eine Idee. Damit es auch wirklich hier alle zweihnachtlich aussieht, ey. So. Dann können wir das hier auch wegmachen. So sieht das auch gut aus. So. Ja, jetzt können wir es ein bisschen... So. 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 dann stimmt das. Ja, dann stimmt das wieder. Noch ein Ticken größer der Kopf hier. Ich müsste gerade nur ein bisschen breiter machen, damit wir ein richtiges Gesicht machen konnten. Machen wir nochmal einen. So. Wir brauchen jetzt Knöpfe. Wir nehmen hier so Knöpfe oder wir nehmen Blöcke. Nehmen wir einfach, beschlemmen wir das beiseite. Ja, das passt so. So, passt schon. So. So. So sollen sie einen gleich. Jo, passt so. So. Doch. So. Denke ich. Oder sollen wir den Kopf genauso breit machen? Machen wir den Kopf genau nochmal so breit. Nehmen wir das mal raus. Machen dann das Gesicht nochmal weg. Dann machen wir das Gesicht anders. Ja. Also. Das heißt. Zack, 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 zack. Dann machen wir das Gesicht anders. Dann machen wir das Gesicht. Jetzt passt noch nicht alles. Und ich denke es passt so.